Das ist eine Tenet-Ellbock-Behandlung. Wenn es weht, dann kann man mit einer massierten Behandlung quackeln. Aber man muss schon 2-3 Mal zur Behandlung kommen. Tut weh sehr. Okay. Du hast die Arme noch lieber weg. Ja genau, dass ich sehe, wo ich muss drücken. Gut, 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 gut. Jetzt gehen wir zum nächsten Mal. Okay. 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 Gut. Okay. Okay, das ist einfach nicht weh behandelt. Ich habe noch ein bisschen gut. Vielen Dank. Vielen Dank.